Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei MIGA Caravan in Dingesbühl bei uns auf dem Kanal. Ihr wundert euch, warum ich heute aus der Ecke komme? Ja, weil auch ich fleißig am Arbeiten bin, auch schon fleißig geschnitten habe, weil auch ich mal zur Verstärkung ran muss. Einer hat heute Urlaub gehabt, also muss auch ich ein bisschen was arbeiten. Auch heute möchte ich euch wieder einen kleinen Eindruck geben, was wir bei uns in der Werkstatt alles umsetzen, was wir alles machen. Solarplattenerweiterung, Detlefs, die wir wieder umbauen. Also da kommt wieder richtig was zusammen und da machen wir wieder richtig. Draußen steht nur Pilote für die Woche und dann haben wir nur den anderen Kastenwagen, den Adria, wo wir noch gerade fertig machen müssen mit der Dieselheizung. Also die Woche ist gut bestückt, ist wieder gut zu tun und ja, freue mich. Lasst uns gleich mal gucken und ich zeige euch ein bisschen was. So, hier steht mein Werkstattwagen. Wie ihr seht, ist er mitten im Gebrauch, weil auch ich muss immer wieder ran. Ist ja auch ganz normal. Und wups, was haben wir hier gemacht oder was machen wir hier? Hier haben wir einen kleinen Umbau. Hier seht ihr noch mein ganzes Werkzeug liegen. Ich bin hier mitten im Umbau und zwar kriegt er hier eine Solaregänzung. Das Fahrzeug haben wir schon mal vor längerer Zeit gehabt, hat von mir einen 1500 Watt Büttner Wechselrichter bekommen, hat von mir eine Büttner Solaranlage bekommen und jetzt rüsten wir nochmal nach mit zwei 50 Volt Hochvolt Module je 100 Watt und bauen die auch nochmal rein. Dann da unten haben wir die Batterie, da sehen wir es mit dem Hauptschalter. Und ja, Kabel sind schon alle drin, die haben wir alle reingezogen. Solar ist auf dem Dach, da müssen wir bloß noch eine Dachdurchführung machen. Da sind wir hier durch die Seite, da sieht man es dann da oben drin. Das war ein bisschen der Gefummel, bis wir die Kabel da durchgehabt haben, aber ist uns alles gelungen. Dann sind wir hier durch, hier sehen wir nur die kleine Schlaufe, die muss noch weg. Da muss man noch ein bisschen durchziehen und dann sind wir auch schon durch. Solar ist noch nicht ganz fertig, das zeige ich euch dann, wenn es fertig ist. Dann haben wir die Platten drauf, da sind jetzt vier Platten bei dem Fahrzeug auf dem Dach. Also sprich, insgesamt haben wir hier dann auf den Kastenwagen 420 WP. 210er von Büttner und zwei von WCS mit je 100 Hochvolt Module. Also jetzt kommt mal richtig Zunder von da oben, da kann man es sich richtig gut gehen lassen. Tja, was haben wir hier? Einen Detlefs. Der kriegt ein bisschen ein größeres Paket, aber bevor wir uns das anschauen, möchte ich mich auch über dieses Video nochmals bedanken für dieses Präsent an unsere Mitarbeiter. Also ich muss jetzt wirklich sagen, es ist echt total schön gemacht. Ich halte jetzt bloß die Hand drauf, weil da der Name draufsteht, darum halten wir das einmal zu. Das haben die auch richtig schön gemacht und also wirklich nochmal ganz, ganz lieben Dank. War wirklich eine mega Überraschung. Und das ist das Fahrzeug. Hier bekommen wir zweimal Lithium je 100 Amperestunden. Dann bekommen wir hier einen Wechselrichter, eine Kombi reingebaut. Da sind wir gerade schon dran. Da haben wir wieder den Platz da unten gewählt. Auf die Art und Weise haben wir ja schon mehr Autos gebaut. So auch wieder hier. Dann Display haben wir schon drin. Wups, das ist schon verbaut. Und dann bekommt er noch zweimal 125 Watt Peak Solaranlage aufs Dach. Und dann kriegt er noch eine Alarmanlage von T-Tronic. Und ja, das ist in dem Fahrzeug alles zu tun. Das ist ein bisschen tricky mit der Alarmanlage, weil Mercedes funktioniert ein bisschen anders. Aber auch das kriegen wir wieder ohne Probleme hin. Hier haben wir schon die ganzen fetten Kabelzonen. Also ihr seht es, richtig fette Oschis, die wir da rein machen. Hier hinten ist offen, keine Angst. Da hinten kann er schön reinblasen. Der Wechselrichter kriegt dann somit auch seine Wärme weg. Und damit da eine kleine Zirkulation entsteht, müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir auch noch ein Lüftungsgitter rein. Also hier vorne haben wir auch zwei Lüftungsgitter. Also das funktioniert alles tadellos. Unter den Batterien ist auch richtig viel Platz. Also das kriegen wir alles hin. Da passiert nichts. Und der Wechselrichter kann ohne Probleme seine Arbeit machen. Also richtig top. Dann haben wir hier schon die ganzen Kabel reingezogen für 230 Volt. Auch da sind wir schon fast durch. Also heute ist richtig was passiert hier. Und ja, den machen wir dann morgen fertig. Beziehungsweise übermorgen. Weil zwei müssen dann noch ein wenig verkabeln. Einer macht morgen Solaranlage. Also da passiert schon noch ein bisschen was. Jetzt bei uns einfach hier mal wieder ein kurzer Überblick, was bei uns hier in der Werkstatt alles so los ist. So ändert sich das tagtäglich. Und draußen steht auch schon wieder einer. Der wartet auch schon, dass er reinkommt. Und denkt der Weinsberg, der wird morgen fertig. Dann können wir den reinholen. Einen Piloten. Und dann bauen wir den auch noch um. Und dann schaut er auch wieder fertig. Also ich muss schon sagen, also Mercedes finde ich schon geil. Also die Mercedes Sprinter Fahrzeuge, wenn man die so sieht, gell. Also auch vorne die Schnauze und so. Also schaut schon richtig fesch aus. Kann man gar nicht sagen. Also echt schick. Ja, ihr habt es wieder gesehen. Einiges zu tun. War jetzt mal ein kleines, kurzes Video. Ich wollte euch bloß einmal zeigen von verschiedenen Arbeiten, was wir alles immer bei uns zu tun haben. Und eins möchte ich auch noch sagen, oder beziehungsweise ein Thema liegt mir auch noch so ein bisschen auf den Herzen. Und zwar aus dem Grund raus, weil ich immer wieder darauf angesprochen war oder viele Kommentare immer kommen. So von wegen, wenn diese Werbung von WCS nicht wäre oder wenn, ich war auch oft angesprochen, warum ich so viel für WCS plädiere oder warum ich da so, wie soll ich jetzt das ausdrücken, mich so in die Richtung eingefahren habe. Leute, ich kann es euch ganz genau begründen. Und ich kann euch jetzt aus der Hosentasche raus allein zwei Beispiele sagen, drei Beispiele sagen, warum ich das mache. Ich, Mika Caravan, Michael, möchte den Kunden einen gewissen Service bieten. Der Service umfasst nicht nur, ich baue sauber ein, was ja die Grundvoraussetzung ist. Und es ist alles relativ gut funktionell. Klar kann immer mal was passieren, dann stehen wir dazu, dann wird es auch erledigt. Habe ich schon oft genug gesagt, weil mir sind alle auch nur Menschen. Aber das Allerwichtigste ist, weil ich stecke ja auch in diesen Geräten alle nicht drin. Und wenn mal ein Gerät kaputt ist, dann möchte ich euch helfen. Aktuell ist leider Gottes die Situation so, dass ich euch bei anderen Herstellern nicht helfen kann. Ich kann euch einfach nicht helfen. Und ich habe es just jetzt schon wieder und da kann ich euch zig Fälle aufzählen mit den Büttner-Geschichten zum Beispiel. Ein Büttner hat aktuell Reparaturzeiten von bis zu 8, 10, 12 Wochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich einen Wechselrichter kaufe von einer Firma mit einer Garantieaussage, zwei Jahre, fünf Jahre, scheißegal, dann möchte ich mir, dass in dieser Zeit, in einem kurzen Zeitraum, mir geholfen wird. Aber es kann doch nicht sein, dass ich dann einen Wechselrichter einschicken muss und der Kunde draußen 10 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen ohne Wechselrichter fährt. Das geht auch nicht. Also genauso ist es bei der Firma Liontron. Wenn ich heute bei Liontron einen Akku kaufe und der Akku defekt ist und ich habe das jetzt schon mehrfach erlebt, immer wieder. Und der Kunde will dann Liontron schon mal telefonisch erreichen, schon mal ganz schwierig. Service, ganz schwierig, selbst für mich als Hersteller, habe so gut wie, oder als Händler, ich habe eigentlich gar keine Nummer von denen. Erreichen tust du eigentlich ganz schwer jemanden. Und wenn du eine Reklamation hast, wird ein Ticket erstellt, dann wird erst einmal drei Tage hin und her geschrieben und dann wird der Akku eingeschickt. Dann dauert es eine Woche, bis der Akku hier schon mal die Firma verlässt. Und dann dauert es nochmal zwischen zwei und drei Wochen, vielleicht auch vier Wochen, bis der neue Akku wieder da ist. Das heißt, dass der Kunde mit dem Akku drei Wochen bis fünf Wochen ohne Akku sein Wohnmobil hat und somit nicht nutzen kann. Fatal, sorry Leute, fatal. Also das Gleiche betrifft aber auch Truma oder sonstige Hersteller. Ich versuche halt durch die Partnerschaft mit WCS einfach die andere Garantiesache zu gehen. Der WCS gibt fünf Jahre Garantie. Wenn da ein Akku defekt ist, dann fahrt ihr hierher zu mir oder zum Götz selber. Der Akku wird ausgetauscht und am selben Tag fahrt ihr wieder los und der Akku geht. Und das Gleiche ist mit seinem Ladebooster, mit seiner Kombi. Es ist eigentlich scheißegal. Und genau das ist für mich der große Punkt, warum ich diesen Service möchte. Weil ich euch diesen Service geben möchte. Das ist auch der Grund, warum wir so sehr auf WCS-Artikel sind und eigentlich am liebsten die anderen Artikel immer mehr meiden wollen. Weil es einfach schwierig ist. Weil ich immer die Diskussion habe mit dem Kunden. Der Kunde steht hier, ich bin der erste Ansprechpartner, mir wird die Hölle heiß gemacht. Und ich kriege dann immer von den Herstellern so Ausreden, seit zwei Jahren höre ich bei den Firmen, Ja, wir sind überlastet. Akku ist zum Versand gegangen, aber ist halt überlastet und geht halt nicht raus. Oder bei Bittner, ja, wir haben halt keine Teile. Oder es ist halt zu wenig Leute oder keine Ahnung. Es ist eigentlich egal. Es ist immer irgendwas. Und betrifft aber jetzt bitte nicht nur die zwei Firmen. Also das muss man ganz klar sagen. Firma Truma kann auch schon längere Zeit gewisse Dinge nicht liefern und, und, und. Und ja, wir haben Materialverknappung. Ja, wir haben alles. Aber Leute, Hand aufs Herz. Wie kann das denn sein, dass eine Firma, WCS, mobile Technik, aus Goch, das kann, was große Hersteller nicht können? Also da muss man sich mal grundsätzlich überlegen, wo da der Unterschied liegt. Und noch dazu kommt natürlich noch als i-Tüpfelchen drauf, über die Qualität der Geräte, über die Vorteile der Geräte habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen. Das betrifft allein nur den Service. Und ich habe es langsam leid, mich da so ein bisschen erklären zu müssen, immer wieder. Und ich bitte auch, lasst doch einfach die Kommentare, wenn diese WCS-Werbung nicht immer wäre. Ja, na und? Was habt ihr denn für Probleme mit WCS? Dann, ja, dann halt nicht gucken oder einfach drüber wegschauen. Aber es sind einfach mal unbestritten tolle Geräte und es sind unbestritten einfach tolle Markenprodukte, die es verdient haben, bei dem gigantischen Service, den ich euch weitergeben kann, dann auch, ja, beworben, benannt zu werden und dargestellt zu werden. Und die haben es auch verdient, anständig und ordentlich verbaut zu werden, weil das einfach High-End-Geräte sind in der jetzigen Situation, in der jetzigen Geschichte. Und ich kenne kein, kein vergleichbares Produkt. Ich kenne keins. Ich kenne keinen vergleichbaren Ladebooster und ich kenne keinen vergleichbaren. Immer vergleichen. Vergleichen in Größe, Leistung, Form und alles. Ich kenne keinen vergleichbaren Wechselrichter. Ich kenne keinen 3000-Watt-Wechselrichter mit 6 Kilo. Kenne ich nicht. Sorry. Wenn ihr den kennt, nennt ihn mir. Ich kenne ihn nicht als Kombi-Gerät. Dann noch dazu mit 200 Amperestunden Ladestrom möglich. Sorry, kenne ich nicht. Und dann noch in der Leistung, wo er auch bis an die 3000 Watt geht und nicht abschaltet, kenne ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ihr den kennt, weil den gibt es nicht. Natürlich sind die anderen Geräte nicht schlecht. Keine Frage. Es ist auch alles legitim und gut. Gut, nur das war so ein bisschen der Grund, warum ich das Video gemacht habe oder warum ich die Ansage jetzt da so mache, weil ich es wirklich so ein bisschen leid habe, dass einmal ich immer wieder von meinen Kunden dann antpiffen werde, wenn so eine Reklamation stattfindet. Natürlich zu Recht. Ich bin den Kunden gar nicht böse. Ganz im Gegenteil. Ich bin ja zu 100 Prozent auf seiner Seite, weil wenn ich ein Wohnmobil ohne Akku fünf Wochen vor der Tür stehen habe, obwohl es die Sonne scheint und ich möchte unbedingt fahren, dann ist das nicht nur ärgerlich, dann ist das ein katastrophaler Zustand. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, bau doch auf deine Kosten einen Akku rein. Ja klar, immer auf meine Kosten. Nein, geht nicht, weil ich sehe das auch gar nicht mehr ein, warum ich das auf meine Kosten machen soll. Klar könnte ich jetzt sagen, ich baue den Austausch-Akku rein. Aber erstens musste ich mir dann ja immer wieder die Leier wieder verholen. Das dauert ja auch alles Wochen. Also das ist ja nicht so, dass der Papp morgen kommt. Und die Reklamation wird ja erstangenehmigt, wenn zum Beispiel der Akku bei Leintron eingeht und geprüft wird. Und erstang kriege ich die E-Mail, okay, wir schicken einen neuen raus. Also geht ja gar nicht. Und das sind alles so Dinge, wo ich sage, müsste ein bisschen was verändert werden an der Servicequalität. Und das ist eben mein Hauptgrund, warum ich so gern WCS verbaue, weil die Geräte top sind und weil eben einfach auch ein gigantischer Service dahinter steht, den ich eins zu eins meinen Kunden weitergeben kann, diese Diskussion nicht habe und wenn was nicht funktioniert, dann wird eins zu eins ausgetauscht und fertig ist es und dann passt das. Und ich kriege das dann auch geregelt. Und das ist halt einfach schon eine echte Nummer. Ja, und der nächste Punkt ist, es gibt keinen Zweiten, der das macht. Es gibt keinen Zweiten. Gibt's nicht. Ja, ich wollte es bloß einmal gesagt haben, weil ich immer der Rechtfertigung es langsam leid bin und auch der Diskutiererei. Und das ist eben einfach so der Grund, wo ich einfach dazu stehe, wo einfach so ist. Und nur mal kurz zur Erklärung. So Leute, jetzt habe ich genug gelabert. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Wochenstart und vielen Dank fürs Zuschauen. Gern könnt ihr mir eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Bin ich dankbar drum. Und ja, dann sehen wir uns. Halt, stopp! Ich muss natürlich erwähnen, ich freue mich über einen Daumen hoch und über ein Abo von euch. Und die Klingel drücken. Nichts verpassen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao. 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 Ciao.